Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Pflegeengel. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Sie erreichen uns persönlich Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Sollten Sie uns ein wichtiges Anliegen außerhalb dieser Zeiten mitteilen wollen, nehmen wir Ihre Nachricht auch gern per E-Mail unter info.pflege-engel.com entgegen. Fragen zur Einsatzplanung klären Sie bitte mit der zuständigen Pflegedienstleitung zur Bürozeit. Ihr Pflegeengel-Team bedankt sich herzlich für Ihren Anruf. Eine Nachricht kann leider nicht hinterlassen werden. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.